ich habe hier schon einige gerichte für dich gekocht hat gekocht aber sarde sauer habe ich noch nie gemacht oder sardinen sauer also sauer aus venedig an gericht aus venedig und jetzt probiert man das mal bitte und wenn du jetzt sagst es ist nicht gut dann machen wir es nicht wenn es wirklich nicht gut ist habe ich sonst zu viele wo macht man wie macht mit so wie ist man das mit focaccia oder oder mit man ist eigentlich so aber ich würde ein gericht machen mit den artischocken ja dass man gehobelte schockensalat machen mit der pesto tomate oliven kappern und sie dann darüber legen sind die roh oder mariniert die sind jetzt gute zwölf stunden mariniert und ich würde jetzt sagen wie sie machen aber wir werden die dann im gericht verwenden anderen lassen wir wieder bis morgen marinieren aber schön dieses zwiebelige fängelige aber ist sauer ist sehr frisch das sind jetzt die sardinen wie sie im meer geschwommen sind bis vor drei stunden und wenn man die die so rot zubereitet dann sollten die ja sehr frisch sein völlig erkenne ich wurde am glanz also du merkst am glanz und du merkst es auch an der an der konsistenz die werden sehr schnell war ich aber die haben die sind super ich nehme immer ganz gerne wasser weil dann springen dir die ganzen du musst jetzt die schuppen runter schuppen durch im wasser runter weil da sind sie nicht über hier rum gespritzt